Wo war ich in der Nacht? Von Freitag auf Montag Ich war zu Hause, hab gar nichts gemacht In Karaté wegen Corona Und ich denk mir so ne Scheiße Ich sterbe noch an andere Weile Sag mir, wo war ich in der Nacht? Von Freitag auf Montag Ich dachte mir, ein Virus, sowas kriegen nur Computer Na egal, dann bleib ich halt zu Hause, ist doch super Kurze Zeit später Ich hab aus langer Weile den Balkon schon dekoriert Die Wohnung hinwegiert, diesen Song hier komponiert Und schon zehnmal onaniert Denn die Kneipen haben geschlossen, aber alle haben Zeit Ich und meine Kompels machen Party über Skype Ja früher musste man sich fürs Zuhause gabeln schämen Heute hätte ich damit sogar leben Und alle Firmen gehen pleite, außer mein Dealer Ein Mundschutz kostet bei ihm mehr als Kokaina Ich sitz den ganzen Tag auf der Couch und drehe Däumchen Und der Song hier geht viral wie Covid-19 Wo war ich in der Nacht? Von Freitag auf Montag Ich war zu Hause, hab gar nichts gemacht In Karaté wegen Corona Und ich denk mir, so ne Scheiße Ich sterbe noch an lange Weile Sag mir, wo war ich in der Nacht? Von Freitag auf Montag Schlechter Witz Ich komm mit Corona auf die Party Spaß, ich bleib zu Hause und sortiere meine Smarties Ich kenn beim Feiern keiner Warmstadt Gegermeister, sag und tarn Ich rauche ganz bewusst und filter so die Atemluft Ich check den Späti, was ist bloß passiert? Wenn's keine Nudeln gibt, dann fress ich Klopapier Ja, ich mach Hamsterkäufe, doch weiß gar nicht, was die fressen Und dass die Oma auch was braucht, das hab ich voll vergessen Und was fangen wir jetzt an mit unseren Panzern und Dammeln? Der fein sind nicht die anderen Mann, den kann man nicht mal sehen Doch scheiß mal auf die Panik, wir schaffen das gemeinsam Der Virus geht kaputt, denn er ist made in China Wo war ich in der Nacht? Von Freitag auf Montag Ich bleib zu Hause, ich bin mit mir selber schach In Karaté wegen Corona Und ich denk mir, so ne Scheiße Mein Kohlpapier geht schon zur Neige Sag mir, wo war ich in der Nacht? Von Freitag auf Montag Hä, was ist das jetzt? Oh, Dark! Sido ruft an! Shit, warte mal Äh, yo, Sido, na? Was geht? Äh, Jungs, hallo, ja, Tachchen Ich hab gerade im Internet gesehen, ihr habt ne neue Version von Die Nacht von Freitag auf Montag gemacht Ja, kann ich da nicht auch noch ne Strophe schreiben? Ja, ist ein bisschen komplizierter Also vielleicht hast du die neuen Gesetze jetzt ja auch schon gehört Es dürfen jetzt ja immer nur noch zwei Personen gleichzeitig auf einem Lied sein Und von daher müssen wir jetzt natürlich auch leider ein bisschen Abstand zu dir halten Aber jetzt muss ich auch dringend auflegen Ne, hau rein, tschüss! S革! Vielen Dank.